Einen wunderschönen Willkommen zu einem neuen Spiel, schon ein paar Tage älter, also fünf Jahre alt, 2015 rausgekommen, und zwar Willkommen zu Everybody's Gone to the Rapture, entwickelt in der CryEngine und entwickelt von den Machern von God of War. So, und es ist eine Art, na, wahrscheinlich nicht nur eine Art, es ist ein Walking Sim, und ich muss mal kurz gucken, wie das hier mit dem Audio, ich glaube, das muss man ein bisschen runterdrehen, möglicherweise, stellen wir gegebenenfalls da nochmal einen. So, ähm, speichern. Ja, es ist, ähm, eine Art Walking Sim, erzählt eine Geschichte, ich selber hab gefühlt, äh, steht da was? Genau, hier steht Spielzeit, und Spielzeit ist ja das, wo ich, äh, auch im Menü drin war, äh, 22 Minuten, ne, ähm, hab ich irgendwann, seitdem ich es erworben habe, und erworben habe ich es schon vor Geroma-Zeit, ähm, äh, gespielt, dementsprechend null Plan, ähm, ich ahne, in welche Richtung das tendiert, aber es ist, wie gesagt, nur eine Ahnung, und wir wollten uns das gemeinsam angucken, es geht so zwischen viereinhalb bis sechs Stunden, also wahrscheinlich so zwei, drei Abende, je nachdem, müssen wir mal gucken, äh, wie sich dann, äh, das Ganze ziehen wird, und, äh, ja, der Ernstfall kann ohne oder mit geringer Vorwarnung eintreten, gute Vorbereitung darauf ist, lebenswichtig, was auch immer das bedeuten mag, wir starten ein neues Spiel, ja, der bisherige Spielfortschritt geht verloren, das ist mir bewusst, und, äh, everybody's gone to the rapture, viel Spaß, nach dem Ladebalken, 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 Ja, Na, Abendschagernot, der Ladebalken, du komm, schaffst du, Na, Blüthander, du komm, Ladebalken, rüber mit dir, rüber an den Rand, genau, Ja, Ich bin Dr. Catherine Collins. Ich weiß nicht, ob dies jemals jemand hört. Es ist alles vorbei. Ich bin als Einzige übrig. Ich bin als Einzige übrig. Oh, 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 es geht schon los, es geht schon los. Wir werden einfach so reingeworfen. Okay. Schön sieht's aus, oder? Sehr schön. Walis Observatorium. Ich werde so lange senden, wie es mir möglich ist. Und wenn ich recht habe, kann man das Signal auf der anderen Seite des Tats empfangen. Das Ereignis hat Spuren hinterlassen. Wir verstehen es noch nicht, aber wir arbeiten daran, es irgendwie zu begreifen. Du kannst die Spuren nutzen, um zu finden, was du suchst. Die Antworten, sie sind alle hier. Die Antworten sind im Licht. Hier klingelt irgendwas. Was ist das da hinten in der Ecke? Springen können wir nicht? Irgendwas, 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 wir können es, doch, wir können es ausmachen. Oh, da ist eine Kassette. Ich werde so lange... Okay. Wir sind da. Tipworth Forest, Appletons Farm. Little Tipworth Lakeside. Davidson Grange. Warte mal, ich muss mal eine Sache gucken hier. Gibt's das hier? Eigentlich... Äh, ist das aktiv, aber... Ich kann nicht rennen, okay. Irgendwo bimmelt doch hier was. Ein Satellitentelefon. Dies ist eine Sondermeldung des Komitees für Katastrophenschutz. Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände unterliegen Radio und Fernsehen in diesem Gebiet ab sofort dem KfK, gemäß der Krisenbereitschafts- und Handlungsverordnung von 1982. Lassen Sie Radio und Fernsehgeräte jederzeit eingeschaltet. Bleiben Sie zu Hause und meiden Sie Kontakt zu anderen. Führen Sie keine Telefongespräche außerhalb des Orts. Verfallen Sie nicht in Panik und bleiben Sie ruhig. Lassen Sie diesen Sender eingeschaltet für Neuigkeiten. Okay. Oh, warte mal, da ist ein Auto. Was ist das? Ähm. Warte mal. Schon wieder. Ist hier irgendwas drin? Wir sind jedenfalls Großbritannien. So, auf der falschen Seite ist Längel. Aber da oben war doch dieses... Da, schon wieder. Was ist das? Ähm. Was soll ich hier machen? Was soll ich... Hä? Ich versuche nur, meine Arbeit zu machen. Sie beide werden in dieser Schicht als Einzige hier sein. Ich sage ja nur, falls der Strom fürs Haupttor ausfällt, kommt niemand mehr ins Observatorium rein oder raus. Dafür gibt's ja die Notfallgeneratoren. Gott, warum diskutieren wir das überhaupt? Kommen Sie ja nicht zu mir, Garant, wenn Sie hier festsitzen. Wenn wir hier festsitzen, können wir ja wohl kaum zu Ihnen rennen, oder? Überlassen Sie uns einfach die Denkarbeit und Sie können wieder Blätter zusammenfegen oder Glühbirnen auswechseln. Zufrieden? Dann ab, Marsch! Arschloch. Puh. Das war wirklich unnötig. Nur weil du sauer auf mich bist, musst du es nicht an allen anderen auslassen. Kate, können wir einfach drüber reden? Nein, Steven, mir reicht's. Ich will nur weg von hier und heute Abend ist die beste Gelegenheit dazu. Du machst die Systeme bereit, ich gehe zu Turm 6. Kate. Ich liebe dich. Das weißt du, oder? Sie antwortet aber nicht drauf. Und die Tür ist offen. Und der Punkt ist weg. Speichert. Und so umgehen wir jetzt die Straßensperre hier, oder wie? Hätten wir da nicht einfach rüberspringen können? Oder ist es unmöglich, darüber zu klettern? Okay, was ist das jetzt? Das bewegt sich. Jeremy. Muss ich da jetzt hinterher? Ja? Tja, danach zu urteilen, scheinen die das mit dieser Quarantäne wohl wirklich ernst zu nehmen. Falls Mrs. Borton hier lang gegangen ist, bevor die Straße gesperrt wurde, werden wir sie wohl nicht finden. Nicht bis diese Sache vorbei ist. Das ist aber mehr als nur seltsam. Ich meine, das hier ist Jorgen um Himmels Willen. Es war doch nicht nötig, so grob zu werden. Na, wenn Sie so besorgt sind, dass Sie bereit sind, die Straßen zu sperren, würde ich annehmen, dass Sie es doch für nötig halten. Eins ist klar, niemand von uns geht vorerst irgendwo. Aber er hatte ein Gewehr, ein Soldat mit einem Gewehr, in Tropshire. Die Welt ist völlig verrückt geworden. Ich glaube, ich schreibe an meinen Abgeordneten. Tun Sie das, Barb, und ich überbringe den Brief persönlich für Sie, sobald diese Absperrung wieder weg ist. Ach, kommen Sie, Barb, ich kann nicht den ganzen Tag entlaufenden Rentnern hinterherjagen. Die Praxis öffnet sich nicht von selbst. Und ich muss Paracetamol nehmen, wenn wir zurück sind. Ich habe ganz plötzlich Kopfschmerzen. Okay, eine Quarantäne steht hier an. Oder ist schon da. Und die wird mit Hilfe vom Militär sichergestellt. Yorkton. Let's spike European Campsites on Budget. den Luftschlag anzuordnen. Ich sehe einfach keine andere Chance mehr. Hallo, hören Sie mich. Wir brauchen Hilfe. Wer sind Sie? Schließlich legt Sie sofort auf. Zuvor auflegen. Es ist im Telefon. Es ist im Telefon. Dann telefoniere ich hier. Aber es wurde aufgehangen. Auf alle Fälle ist in Großbritannien. Was ist das? Wo muss ich das wieder hinführen? Da, da ist der Punkt. Sei nicht so hart zu dir selbst. Jeder wird mal zurückgewiesen. Du nicht. Ach, komm schon. Wir überarbeiten einfach die Daten und reichen es nochmal ein. Deine Grundidee ist gut, nur deine Zahlen stimmen nicht. Sei bloß nicht so gönnerhaft. Ich bin doch nicht gönnerhaft. Ich halte dich für einen wirklich genialen Mann, Dr. Appleton. Hör zu. Ich bin hier. Wir sind zusammen, du und ich. Die Konstellation morgen. Das ist dein Ding, ja? Du hast die Chance gesehen und alles berechnet. Auch wenn sie es nicht erkennen. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt soll ich mich besser fühlen? Steven. Sieh's doch mal positiv. Für die Leute hier... Bist du ein Held. Der verlorene Sohn, stimmt's? Wundert mich, dass man dir zu Ehre noch kein Denkmal errichtet hat. Ja, ja. Lach du nur. Aber ich wette, der Gemeindevorstand hat schon ein Unterkomitee darauf angesetzt. Willkommen daheim, Dr. Appleton. Touché. Eine Konstellation. Habe ich das richtig verstanden? Also hier, äh, passiert irgendwas oder passierte irgendwas? Hier ist wieder so ein Satellitendings. geschlossen. Bis auf weiteres. Äh, wir haben die Grippe. Bitte versuchen Sie den siebten, äh, äh, Pfeiffer hier, ne? Whistler will be back in business as soon as we are up and about George and Helen Gables. So ein schöner, typischer Pub. Hier sind Geräusche. Finkelstein? Ui, 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 ui. Guter Tropfen. Aber eher untypisch, oder? Oder? Was darf es diesmal sein an Anleitungen? Ale of the day. Fifty pens. Local fish and chips. Oh, bitte nicht. Fish and chips. Uah. Hier geht's raus? Geht's hier aufs Klo? Warte mal, jetzt wollen wir mal gucken. Okay, A hat gewonnen. Ne, da geht's nicht hin. Aber guck mal, das qualmt noch. Also, das kann hier noch nicht lange her sein, oder? Ne Mützenanleitung. Cool. Auch mit Essig? Lütander? Ich weiß nicht, ich werde damit nicht warm. Hier ist irgendwo... Ich suche weiter, doch es gibt keinen Sinn. Das Gebiet, aus dem das Muster kam, ist mit dem Teleskop nicht mehr aufzufinden. Das ist einfach nicht möglich. Man kann deutliche Veränderungen des Raumlichts in diesem Bereich des Himmels erkennen. So wie bei einer Überbelichtung, wie ein Polaroid, das in der Sonne gelegen hat. Okay, kann man das? Das wird schon stimmen, ne? So, warte mal, aber da vorne gab es noch das andere, da war die Tür offen. Ich schaue mal, ob wir da hinkommen. Warte mal, können wir hier drinnen noch rein? Ich weiß ja nicht, ob es hier Dinge gibt, die man dann sich angucken kann. Nee. Bei mir liegt es eher an dem Backfisch. Aber wir gucken mal hier drüben. Können wir hier rein? Oder ist das nur... Wir können hier rein. Quarantäne. Okay, da kommen wir nicht rein. Aber hier kommen wir rein. Die Stimme der Stars? Außergewöhnlich. Das Ganze erinnert mich an damals in der Highschool, als ich den Mars zum ersten Mal gesehen habe. Dieselbe fieberhafte Aufregung. Mir zittern die Hände. Kommen wir von hier hinten rein. Necken. Das sieht so aus wie gerade Falken gelassen und einfach verschwunden. Spurlos. So ad hoc so. Ne? So sieht es aus. Kommen wir hier rein? Nein. Nein, 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 nein. Kommen wir nicht. Oh, da liegt Blut. Hier ist Blut. Und ein sehr komplexer Rubikswürfel. Wo sind die Blutstropfen hin? Da drüben habe ich ihn gesehen. Wo noch? Was ist das hier? Nix. Noch nie richtig in Einsatz gegangenes Gewächshaus. Okay, Licht geht an. Sehr gut. Stehen wir nicht im Dunkeln? Hallo? Hallo? Hi. Oh, Amanda. Ich dachte, sie wären weggefahren. Wollten wir. Wir haben es versucht. Sie blutet. Aber alle Straßen sind gesperrt und niemand kommt durch und dann kamen Jordi und Ben Kopfschmerzen und dann fing sie an zu bluten. Es war furchtbar. Sie hatten solche Angst. Wir haben es umgedreht und wir sahen, dass das Haus offen stand. Und ich weiß, wir hätten es nicht tun sollen, aber wir sind rein, um die Kinder zu waschen und dann fangen er und ich auch an zu bluten. Meine ganze Bluze ist voll. Meine ganze Bluze ist voll und alle waren so müde. Ganz ruhig, Amanda. Alles wird wieder gut. Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir, wo Neil und die Kinder sind. Sie sind oben. Sie waren müde und Neil meinte, sie sollten ein Nickerchen machen und wir dachten, es macht Barbara nichts aus. Sie sind ja noch klein und ich war so müde. Darum brachte Neil sie nach oben. Er brachte sie hoch ins Bett. Warum? Das war vor sechs Stunden. Er ist nicht wieder runtergekommen. Ich hatte zu viel Angst, um nachzusehen. Warum sehen wir nicht gemeinsam nach? Nehmen Sie meine Hand, wenn Sie möchten. Ja. Ich glaube, das schaffe ich. Ja. Helfen Sie mir bitte. Natürlich helfe ich Ihnen. Was ist hier passiert? Neil, sind Sie hier? Was ist hier passiert, um Gottes Willen? Ebola glaube ich nicht. Die sind ja alle weg. Ich nehme erst mal die nicht offensichtigen Sachen hier und versuche sie. Okay. Okay. Ja, irgendwas, was Blutungen, Nasenbluten und ähnliches auslöst. Okay, die sind nicht da. Ja. Ganz ehrlich, bei der Tapete im Schlafzimmer, da hätte ich auch Sorgen. Dann doch lieber sowas hier. Das beruhigt. Das heißt, Kinder sind verschwunden oder verstorben oder, 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 oder. Ob die Leichen wirklich von der Taskforce abgeholt worden sind? Glaube ich nicht. Kleine Vögel, wo man sie finden kann. Hallo? Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, oder? Ich glaube, den Code müssen wir uns irgendwann mal irgendwie merken. Aber schön eigentlich, ja? Schönes Haus. Ja, Vorsicht. Hier geht's nicht weiter. Oh. Der Mon. Der Klatschmon. Aber da, da, da fliegt wieder was. Ich weiß doch gar nicht, ob wir hier in irgendeiner Art und Weise richtig laufen oder falsch, äh, oder. Wo ist, wo ist das Ding? Also das, das, äh, das Haus hier gefällt mir sehr. Ist auch so, so heimelig, ja. Das ist so, ich find ja auch, äh, Reetdächer richtig schick. So wie da hinten. Ich denk mal, klimatisch sind die auch richtig top. Ich weiß, hier war doch grad eben noch ne... Aber hier ist irgendwas. Was tun Sie da? Das hab ich gesehen. Bleiben Sie weg. Nicht näher kommen. Das Privatbesitz, du machst allen Angst. Es ist überall im Dorf, hat alles befallen. Es ist so schnell. Wovon redest du? Es bewegt sich durch die Leitung. Oh, sag Gott, Sie sind ja verrückt. Wo ist Kate? Was haben Sie gemacht? Verstehen Sie denn nicht? Es durchbricht die Quarantäne und passt sich an. Die verdammte Farbe los, Appleton. Finger weg. Tim, Schluss jetzt. Das ist meine Abschluss. Ich glaube, es reicht. Oh Gott, nein. Es manifestiert sich schon überall. Es bewegt sich durch die Leitung und durchbricht die Quarantäne. Da ist ein Walkman. Aber was hat er hier versucht anzumalen mit der Farbe? Wollt er das beschmieren oder... Gasflaschen. Oh, hier sind die Texturen verkehrt rum. Nicht aufgepasst. Nee, der hat irgendeine... Keine Ahnung. Also, das sieht ja danach aus wie diese... Wie das Zeug. Ja, ich glaube, das symbolisiert halt diese Kugeln da. Da hinten ist die Kugel. Aber ich weiß echt nicht, nach welchem Muster ich hier... Nach welchem Muster ich hier laufe. Laufen soll, muss oder kann. Oder ist das völlig wahl? Oder ist das völlig wahlfrei? Dem Ding... Dings da hinterher, ja? Okay, ich probier's mal. Aber ich weiß nicht, ob... Ob man da zu viel verpasst, weißt du? Wann mal. Was, was... Alles in Ordnung? Gehen Sie mir aus dem Weg. Wo ist Kate? Was glauben Sie denn? Steven, was ist los? Scheiß auf Kate, es ist doch alles Ihre Schuld. Was haben Sie da im Gesicht? Steven. Steven! Ich hab das Gefühl, ich verpasse aber zu viel, wenn ich jetzt hier lang... Ich möchte die anderen Sachen hier nicht übersehen. Also Fakt ist, die sind in einer Quarantäne gewesen oder sind es immer noch. Die Quarantäne ist gestellt, gemacht worden, wie auch immer gesetzt worden, aus einem Grund X. Aber trotzdem hat... Aber trotzdem hat... Äh... 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 Vielleicht sogar das, weswegen Quarantäne, äh... 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 Und halt zustande gekommen ist und, äh... Äh... Gesetzt wurde. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hab das Gefühl, ich würde hier was verpassen, wenn ich, äh... 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 Zum Beispiel hier. Hier ist die Kugel hier überhaupt nicht und trotzdem kann ich hier scheinbar hin. Was ist das? Das ist wahrscheinlich hier die Town Hall, ne? Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin jetzt da unten. Hallo? Das ist die Küche. Sieht... Sieht alles okay aus. Das ist so eine halbe Einsatzzentrale hier. Was ist mit dem Barmuth? ...abgeriegelt. Es gibt keinen Weg ins oder aus dem Tal. Die meinen es mit dieser Grippesache offenbar ernst. Phil glaubt nicht, dass es die Grippe ist. Er sagt, er praktiziert schon 30 Jahre und hat mehr als eine Grippewelle erlebt. Und das hier kommt ihm seltsam vor. Im Radio hört man auch nichts Hilfreiches. Tut mir leid, ich bin zu spät. Haben Sie angefangen? Ja, aber ehrlich gesagt gibt es nicht wirklich viel zu bereden. Die Quarantäne wurde verhängt. Die Straßen sind alle dicht. Niemand scheint irgendwas zu wissen, aber es sind eindeutig Menschen verschwunden. Und zwar viele, nicht mein Parentner. Seit gestern hat niemand die Sullivans gesehen und ihr Haus steht sperrangelweit offen. Ich komme gerade von der Farm. Franks Kühe sind in der Nacht alle gestorben. Er ist völlig am Ende. Ernst, was für ein schlimmes Jahr für ihn. Erst Mary und jetzt das. Wenn jemand kommt, um diese Sache aufzuklären, müssen wir es eben selbst tun. Barbara, Phil soll eine Bestandsliste seiner Medikamente machen. Jeremy, rufen Sie alle zu einer Versammlung in den Gemeindesaal. Am besten schaffen wir vorerst alle an denselben Ort. Ich organisiere die Vorräte. Wir werden viele Mäuler zu stopfen haben. Im Lager ist jede Menge, aber... Na, fangen wir mit dem an, was hier im Dorf ist. Ich schreibe einen Dienstplan. Charlie, kannst du mir dabei helfen? Für dich doch immer, Meg. Ich sammle die Familien ein, die weiter abseits im Tal wohnen und schaue bei Lizzie Graves im Camp vorbei. Warst jemand etwas über Steven Appleton oder seine Frau? Okay, eine Krankheit. Möglicherweise sowas... wie eine Grippe. Es ist bloß keine Grippe. Es ist irgendwas anderes. Aber was steht denn hier drauf? Notfalltreffen. Jeder ist willkommen in der Stadthalle, ne? Oder Dorfhalle, morgen Nacht. Grippe, Quarantäne. Und was sie uns nicht erzählen. Meg oder Barb anrufen, wenn man Fragen hat. Summerfete. Also das ist irgendwas anderes hier. Das war eigentlich das, was sie geplant hatten. Vorher. Ja. Hier ist das Football-Team aktiv. Was ist hier? Hallo? Wow. Ich konnte es nicht aufhalten. Ich konnte nicht... Halt nicht. Beruhigen Sie sich. Zurück. Es ist in meinem Korb. Howard, halt. Hopp. Ah! Herr Facker. Hat da alles in Ordnung? Mein Knöchel. Hier ist der Priester. Oh lieber Gott, ich glaube, er ist gebrochen. Howard, holen Sie Hilfe. Es ist niemand, wer da. Niemand kommt und helft. Bitte, Howard, holen Sie Hilfe. Ich weiß nicht. Sie sind im Licht. Ich kann Sie alle sehen. Im Licht. Er hat den Verschwinden sehen, direkt vor seinen Augen. Der Pater hat sie verschwinden sehen. Also ihn zumindestens. Vor seinen Augen. Sie sind im Licht. Sie sind alle im Licht. Lass mich raten, hier geht es auch raus. Ja. Aber ich will... Ich muss hier woanders lang. Ich muss hier hinten lang. Ich glaube, dass die Geschichte hier, ähm... Ich nenne es einfach mal mehrdimensional, beziehungsweise zeitlich unabhängig erzählt wird. Hier... Es hat wieder geleuchtet hier, gelb. Oh, das ist schön. Stromausfälle im ganzen Turm 6. Das Licht fließt wie Wasser. Seine Zielstrebigkeit ist überwältigend. Da ist etwas in... Steven? Steven, bist du das? Was ist das? Können wir ein bisschen Fußball spielen? Leider nicht. Hier geht es auch durch. Wobei, das ist, glaube ich... Ja, das ist der Weg. Okay, zurück. Wir dürfen uns nicht hier zu weit auseinander driften. Guck mal, da oben ist... Ja, nee. Ist nicht ganz ein Raum. Schade. Schade. Da oben ist der Elektrokasten, ne? Fürs Haus. Oben am Haus, an der Wand. Ey, jemand hat die Tür zugemacht. Ah ne, ich bin ja da hinten durchgekommen. So. Wir haben hier die Kirche. Ja. Das reicht nicht mal bis zum hinteren Zaun, alter Trottel. Tja, mit Brot und Fisch kennen wir uns aus, aber Gartendesign ist etwas... Hätten Sie kurz Zeit. Mrs. Boyles, natürlich. Meg, entschuldigen Sie uns bitte. Äh, wir sehen uns dann nachher bei Charlie. Bis dann, Wendy. Ich habe mit Barbara geredet. Sie hat gesagt, bei Mary's Morphium gab es Unstimmigkeiten. Meine Güte. Das, das sind vertrauliche Krankenakten. Wie kann Barbara bloß solche Dinge mit Ihnen besprechen? Wenn Dr. Wade das erfährt, muss er sie suspendieren. Verdammt, Wendy. Ihr Bruder trauert. Mary war so lange krank und ich bin froh, dass sie es überstanden hat. Seien Sie für Frank da. Er braucht Sie jetzt. Gott weiß, was Sie getan haben. Er sieht alles. Ich bete, dass er Mary Ihre Schwäche verzeiht. Aber Sie, ein Mann... Wenn Sie ein Problem... Sie bringen Scheide über diese Gemeinde. Wenn Sie ein Problem mit mir haben, schlage ich vor, dass Sie dem Bischof schreiben. Ich muss mich um meine Gemeinde kümmern. Entschuldigen Sie. Oh, oh, oh. Wollt ihr mich angreifen? So, was hier im Haus stand? Äh, das ist hier vorne, ja. Quarantäne. Diese, äh, äh, Region steht unter Quarantäne und ist versiegelt, ne? Gemäß dem Crisis Preparedness Action Bill. Äh, versuchen Sie es gar nicht, erst mal hier den Ort zu verlassen, ne? Äh, sonst wird man hier fortgeschleppt, äh, oder eben halt eingebuchtet. Do not have to telephone outside your local area. Aber nicht mal telefonieren darf man. Nur intern. Also nur lokale Gespräche, keine R-Gespräche oder externe Gespräche. Das muss irgendwie mehrdimensional sein, das Ding. Schade. Auch zu. Nichts drin. Nichts. Mehr Spielplatz. Als ob erst vor wenigen Minuten vorher verlassen. Spielzeug liegt, das Ding bewegt sich noch. Und da hinten ist wieder dieses Glühding. Aber man hört die Kinder spielen. War das Glühding hier links oder hier rechts? Noch Quarantäne. Ja. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das Magnetfeld bewirkt Störungen in Telefonleitungen und elektrischen Geräten. Es sind Stimmen zu hören. Es ist 4 Uhr morgens. Vielleicht sind ja alle wach und bestaunen die Lichtshow. Die Lichtshow ist wahrscheinlich die Konstellation des Ereignisses, was errechnet wurde. Möglicherweise. Da hinten ist was an die Tür gemalt. Guck mal. Ich bewege mich wahrscheinlich hier ohne Sinn und Verstand rum. Warum, ja? Huh? Besonders jetzt. Aber ich liebe ihn, Pater. Ich liebe sie beide. Er ist verheiratet. Diese Sache betrifft auch andere. Oh, ich glaube nicht, dass ich hier jemand als Moralapostel aufspielen kann, oder? Ich verstehe sie ja wegen Steven und Robert, aber ich glaube, Kate sieht das etwas anders. Wirklich? Okay, sie bumst zwar niemand anderen, wenn ich mal so sagen darf, aber sie steckt Tag und Nacht in diesem Observatorium. Steven sagt, sie sehen sich kaum noch. Das ist doch keine Ehe, oder? Ja? Wirklich? Sie sehen sich gut.